Halli, hallo, hallöchen Deutschen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Piede Boys. Hallo meine Lieben, na? Ich hoffe, ihr seid gut durch die Winterpause gekommen. Ein groß neues Jahr wünsche ich. Ich hoffe, ihr seid nicht ausgerutscht. Oder zu weit. Oder die fünfte Kerze hat gebrannt, ne? Da hast du Weihnachten verpennt, verstehst du? Wie ist das? Kennst du? Schon mal gehört? Nee. Hast du direkt Bock, Ricky, ne? Jetzt hast du Bock, mit mir zu reden. Hab ich direkt Bock, ich bin direkt wieder enttäuscht. Enttäuscht? Ja, weiß ich auch nicht. Nachdem wir so lange nicht mehr miteinander geredet haben, bist du enttäuscht. Ja stimmt, wir haben effektiv miteinander gesprochen. Oder? Ja, also letztes Jahr hast du jetzt miteinander gesprochen. Echt? Haben wir echt. Krass, das ist wirklich lange her. Nee, nee, ist stimmt gar nicht. Wir hatten noch was mit Drakel gemacht. Stimmt gar nicht. Ist gelogen. Aber da war Drakel so als Cockblocker dazwischen. Ja, das stimmt schon. Jetzt haben wir beide wieder für uns ganz alleine. Endlich. Endlich. Hab ich's vermisst. Ich bin gut reingerutscht. Ich bin sehr gut reingerutscht. Ich hatte Spaß meines Lebens. Ich war ja in Urlaub. Ich war ja auch der Hauptgrund, warum keine Folgen kamen über den Winter. Ich war in Dänemark vom 27. bis zum 3. Januar. Hat uns dann das Haus gemietet mit Pool, Sauna, Whirlpool. Wisst ihr Bescheid, Leute? Also erstmal hier ganz kurz, ne? Kurzer Einwurf. Ricky hat von eurem Patreon-Geld ist er nach Dänemark gejettet und ihr habt in der Zeit keine Folgen bekommen. Das ist nicht wahr. Das ist über die Zunge zergehen. Das ist nicht wahr. Das Patreon-Geld hätte nicht annähernd gereicht. Aber Teile davon sind da reingeflossen. Ne. Ja, man weiß ja schon irgendwie. Ja, schon ein bisschen vielleicht. Sagen wir mal so, das Patreon ist in Kronen ausgezahlt worden. Nice. Das ist ja auch was bezahlt. Gibt's da, ist das nicht EU? Doch. Aber? Aber? Da gibt's Kronen, da gibt's keine Euro. Da gibt's keine Euro? Krass. Nee, vor allem, ich stand da so und ich sagte so, ja, wie viel Kronen muss ich denn abholen? Wie viel sind so, 100 Euro? Ja, 1000 Kronen. Ich drücke auf 1000 Kronen drauf an, das ist fast 600 Euro. Ich verarsche fast. Ich habe fast 600 Euro abgehoben in Kronen. Dass du überhaupt 600 Euro abheben kannst, finde ich krass. Du bist ja voll reich. Hätte ich nicht abheben können. Aber stand denn da, hätte ich abheben müssen. Achso. Nee, also wir haben ja bezahlt pro Kopf 330 Euro Miete. Ähm, plus, wir haben halt dann da geguckt, ne, so ungefähr haben wir gerechnet 250 Euro an Essen. War nachher irgendwie so, glaube ich, knapp 200 Euro oder sowas für jeden an Essen. Was wir da bezahlt haben, jeder. Ging also eigentlich voll nicht klar. Eine Woche? Von 27 bis zum dritten. Du hast ja auch irgendwie 5 Kilo zugenommen in der Woche, ne? Hat Sinn bei denen. Hab ich wirklich. Ich hab wirklich. Alter, erst und dafür komm an, die haben mich auch noch schön abgeholt. Ich hab eigentlich gedacht, auf dem Navi stand, der Umweg ist 20 Minuten. Im Endeffekt war der Umweg 3 Stunden. Das ist die bei mir da vorbeigefahren, haben mich abgeholt. Tai war auch richtig pisst, ne? Mit Anhänger, sowieso schon hier langfahren, die Kurvenstrecke bei mir. Nicht Autobahn, sondern schön dann noch durch die Dörfer durch und so, weißt du? Der war richtig gut gelaunt. Die anderen waren schon 2 Stunden, die anderen waren schon 3 Stunden früher, da konnten aber nicht rein, weil Tai den Vertrag unterschrieben hat. Standen also da mit dem Auto 3 Stunden und konnten nichts machen. Auch pisst auf mich. War schon mal ein guter Start. Da hat man Bock. Da hat man richtig Bock. Ja, fucking Ricky Mania. Typisch, werden sich alle gedacht haben. Und dann hieß es, yo, das Haus wird ja nicht an die Jugendgruppen vermietet. Ihr seid ja auch keine Jugendgruppe. Sind wir nicht in die Jugendgruppe schon? Wir sind ja so 20 bis 30 waren wir ja alles mit dabei. Das ist doch keine Jugendgruppe. Weißt du, was eine Jugendgruppe ist? Ja, so 15, 16 wahrscheinlich, ne? 15 bis 18, würde ich sagen. Das ist doch eine Jugendgruppe. Ihr seid doch erwachsene Männer. Ha. Ha. Zu mindest laut Gesetz. Ja gut, laut Gesetz, ja. Den Rest wissen die doch nichts. Okay. Wir haben auch noch gewartet, bis der Vermieter oder Hausmeister weg war. Und dann haben wir angefangen, den Alkohol auszupacken. Mhm. Und unser Pizzabäcker hat direkt schon angefangen, Pizza selbst zu backen. Und am nächsten Tag gab es den Big Mac-Salat. Und alle wollen auch so viel essen. Ich kann nicht mehr. Chips und Essen und noch mehr Essen und noch mehr Essen und Alkohol. Und du hast gerade fertig gefrühstückt, zack, steht der erste Jägermeister auf den Tisch, gib ihm mit Hass. Geile Woche. Ja, da hört ihr es. So war Rikis Woche. Meine sah mal wieder ein bisschen anders aus. Eventuell könnte man sagen, dass das nicht so war. Und zwar, mein Silvester war wie vollkrieg. Willst du mal ein richtig trauriges Silvester hören? Ja. Okay, pass auf. Richtig trauriges Silvester von Wollover ZNLP. Das bin ich. Okay. Ich hatte vor, zu streamen an Silvester. Das ist schon mal richtig. Traurig genug. Das ist traurig genug. Ich wollte Raclette essen im Stream. Mhm, mhm. Ist so weit, ne? Davon hab ich gehört. Davon hab ich gehört. Davon hast du gehört. Also ich hatte große Pläne für dieses Raclette. Und dann baue ich das Raclette auf. Und dann war es auch endlich an der Zeit, es anzuschalten. Das hab ich getan. Und ungefähr zehn Sekunden später saß ich im Dunkeln. Denn dieses Raclette hat einen Kurzschluss verursacht. Es roch auch im Raum, richtig verbrannt. Und kein Strom mehr. Mhm. Dann hab ich so drüber nachgedacht, wo kommt dieses Raclette überhaupt her? Das war das Raclette meiner Eltern. Und ich selber weiß, dass ich das letzte Mal mit meinen Eltern Raclette gegessen habe. Da war ich ungefähr zehn Jahre alt. Alter, das ist ja schon 50 Jahre her. Ja, genau. Und dann hab ich auch noch so drüber nachgedacht, mhm, ist das jetzt ein neues Raclette? Oder ist es das von damals? Und ja, doch, stellte sich heraus, es ist dieses ungefähr 28 Jahre alte Raclette. Und es stand 24 Jahre lang ungenutzt im Keller. Geil. Und es hätte mich schon wundern sollen, als ich die Verpackung aufreißen musste, weil man die Pappe nicht mehr abziehen konnte, weil die so reingewählt war in die Öffnung, dass es einfach nicht mehr ging, es aufzuschieben. Naja, und so ging mein Silvester dann immer weiter den Bach runter. Um den ganzen noch die Krone aufzusetzen, hat mein Bruder vorher so gesagt, er will vorbeikommen, hier vortrinken, damit er saufen gehen kann. Er wollte dann in den Hyde Park. Nicht in den Hyde Park, Leute, das ist was anderes. Hyde Park ist in der Disco, bla bla bla. Okay. Da hab ich schon 8000 Mal durch. Es ist okay. Ähm. Aber wovon er gar nichts gesagt hat, der wollte dann hier auch schlafen. Das hat er mir vorher gar nicht gesagt, ne? Oh nein. Dann sitzt er hier mit mir im Stream und da find ich dann raus, dass der gar nicht nach Hause fährt. Und am Ende ist er nicht mal in den Hyde Park gegangen. Dann haben wir halt irgendwie so gegen 11 Uhr aufgehört mit dem Stream, weil das mit dem Raclette ja auch nicht geklappt hat. Dann haben wir noch so ein bisschen rumgepimmelt. Dann sind wir zum Döner gegangen, haben uns Döner geholt, sind wieder nach Hause, haben Netflix bis 1 Uhr nachts geguckt und sind dann ins Bett. Das war mein Silvester. Ging richtig ab. Aber es ging wieder ab wie Sau. Geile Party. Keine Ahnung. Also, unsere drei, wir hatten Spaß aus unseres Lebens, lauter Musik, Alkohol und Pool. Also, ich würd sagen, ich hab gewonnen dieses Jahr. Ja, du gewinnst jedes Jahr. Warum feierst du denn nicht mal mit Christian und so? Die feiern doch auch jedes Jahr Silvester. Wer feiert Silvester? Christian, Atzi. Wo haben die denn Silvester gefeiert? Die feiern immer zusammen Silvester. Das höre ich zum allerersten Mal in meinem Leben. Ich hab doch davor immer da Silvester gefeiert, mit Christian und so. Warum sollte ich da Silvester feiern? Ich kenn den doch kaum. Dann bist du doch nicht alleine. Ja und? Dann bist du doch nicht alleine. Das ist mir doch am Ende des Tages relativ egal. Soll ich dir mal mein traurigstes Silvester erzählen? Ja, jetzt erzähl. Jetzt bin ich gespannt. Das ist eigentlich gar nicht traurig. Meins war bei dir. Das war mein Bestes. Stimmt natürlich nicht. Das traurig. Wobei. Wobei. Oh Gott. Also das traurigste Silvester. Wobei ich hatte eigentlich Spaß meines Lebens. Und zwar hab ich an Silvester, an dem Silvester, hab ich Mario Kart Double Dash aufgenommen für meinen Let's Play Kanal. Und dann hab ich während der Böllerei, also wenn draußen geböllert wurde, hab ich kurz Pause gemacht. Und dann hab ich die letzten Parts aufgenommen. Oh, das hat mir Spaß gemacht. Aber das war mein Silvester da. Also keine Ahnung, ich bin nicht so der Silvester-Typ. Eventuell merkt man's. Ne, ich bin ja so ein Typ, ich mach ja dann wenn gern was mit Freunden so zusammen. Und ja, ich hab ja einmal mit Wollo zusammen Silvester gefeiert. Ich dachte so, oh, dann gehen Wollo und ich raus so knallen und sowas. Natürlich nicht. Nix. Nee, gar nichts. Hab ich grad kurz meine Eltern angerufen und dann ging's weiter mit dem Stream. Ja. Aber ey, ich bin halt, also wir haben halt als Kind nie geböllert. Uns wurde auch immer von klein auf schon eingetrichtert so, Böller kaufen ist Geldverschwendung, das ist schlecht, das ist böse. Das ist, und ich bin ja auch Wollo, umwelt-, äh, klimaneutral Ju. Und entsprechend bin ich natürlich auch ganz klar, spreche ich mich gegen Böllern aus. Und ich bin auch ganz klar für ein Böllerverbot. Ganz klar. Hm. Hm. Ja, wir hatten nur so ein paar Batterien gekauft. Also ich bin auch keiner, der jetzt sagt, okay, ich knall jetzt hier so Dinger umher. Sondern ich hab mir so, ja, ich hatte mir zwei Batterien gekauft. Ja. Und hatte die in die Luft geschossen. Das war's auch. Großartig. Wie viele Batterien hattest du denn? Wir hatten insgesamt, also ich hatte so drei kleine und Teile eine große gekauft. Aha, okay. Und so ein paar Raketen. Fun Fact, die eine Batterie ist umgekippt, die stand auf so einer Düne drauf, ne? Dann ist dem Alex Flattermann auch passiert. Wer ist, ja, dann scheiß Alex Flattermann. Mann. Ja, weißt du, der lädt jedes Jahr zu Silvester eine Silvester-Choreografie hoch. Also da wird erstmal zehn Minuten die ganzen Batterien gezeigt und erklärt, wie die zusammengestellt werden. Und dann am Ende kann man sich's angucken. Also das war meine Böllerei, die ich gesehen hab als Video. Auf jeden Fall. Auch ganz schön traurig. Also mein Silvester ist einfach, kann das jemand überbeten? Hat jemand ein traurigeres Silvester? Ich kann's mir nicht vorstellen. Uff, stimmt. Wenn jemand in den Krankenhaus kommt. Selbst das könnte besser sein. Auf jeden Fall. Es gibt dazu, Wollo, du kannst das ja miterleben, das Ganze nochmal. Es gibt ja bald einen Vlog dazu. Wozu? Zu deiner Böllerei auch? Ja. Zu eurer Choreografie? Natürlich. Pass auf. Das Ding ist, wir hatten dann, ne, das Ding ist dann irgendwann umgefallen durch den Wind und so, weil wir waren ja da so recht nah am Meer und sowas, also war auch recht windig. Und dann ist sie umgefallen, während sie gezündet hat. Und dann ging sie aus. Und dann sagten wir, okay, das hat sich wohl erledigt. Eine halbe Stunde bis Stunde später geht die auf einmal wieder los. Feuert weiter. Auf einmal brennt die halbe Düne. Wie erstmal raus, geht da mit Wassereimern und haben erstmal die scheiß Düne da gelöscht. Anzeige. Alter, wir kriegen eh keine Kaution wieder, wir müssen doch nachbezahlen. Das Ding ist, wir haben... Wie, wo war denn die Kaution jetzt so aus Neugierde? 800 Euro. Wow. Und die kriegt ihr nicht wieder? Nein. Was habt ihr da gemacht? Pass auf. Und wie viel müsst ihr nachbezahlen? Erstmal, wie viel müsst ihr nachbezahlen? 1.500 Kronen. Was? Kronen, das sind 200 Euro. Sind 200 Euro, alles gut. Also müsst ihr insgesamt 1.000 Euro bezahlen. Ich denke mal, mehr wahrscheinlich. Das Ding ist, von der Kaution und so wird auch Strom und so was abgezogen. Ne? Generell. Ja. Das Ding ist aber, ein Kollege von uns ist im Whirlpool ausgerutscht und hat das Bedienfeld abgerissen. Okay. Und das ist teuer. Ausgerutscht. War natürlich ein Stock nüchtern, während er ausgerutscht ist, ne? Das ist ja klar. Ja. Auf dem Papier ist er das. Und wir haben, glaube ich, drei oder vier Laser verloren, während der Zeit. Das macht den Braten fett. Ja? Weiter? Wir hatten es saubern gelassen. Es ist wirklich sonst nichts kaputt gegangen. Aber es ist halt in der Strom und so. Der Pool lief ja auch die ganze Zeit. Der Whirlpool lief 24-7. Das verbraucht ja auch alles Strom. Das verbraucht ein bisschen. Kann ich mir vorstellen. Und dann haben wir noch zwei Waschmaschinen den ganzen Tag laufen gehabt. Zwei Spülmaschinen den ganzen Tag an. Weißt du das? Das ist schon, ne? Natürlich auch Festtagsbeleuchtung. Natürlich. Am zweiten Tag hatten wir schon... Da kamen die Eltern... Zumindest, wenn ich so ein bisschen viel rede, aber ich habe ja viel zu erzählen auch. Ne, das ist doch mega gut. Also ich habe nämlich echt wenig erlebt. Deswegen fühle ich mich frei. Wir hatten... Am zweiten Tag kamen Thais Eltern. Und Thai hat schon gesagt, ja, meine Eltern, die trinken viel. Ne? Das sind gestandene Männer. Ne? Beide. Beide. Und dann kamen sie da an. Schon mit flachen Mannen in der Hand. Und ein Kollege von mir, der Schannik, sagte schon... Ich will nicht, dass deine Eltern kommen. Ich will nicht. Ich habe keine Lust. Wir waren so voll. Was habt ihr denn alle für Eltern, ey? Meine wären so... Komisch. Frau Ju, gehen Sie mal mit Ihrem Sohn einen saufen. Niemals. Und dann war das so... Dann kamen die Eltern rein und haben so einen Zettel in der Hand. Was ist das für ein Zettel? Ja, der lag bei euch vorne an der Tür. Und da stand drauf... Hast du den mal gelesen? Den habe ich auf Twitter gepostet. Ja, du hast du alles gesehen. Achso, ich wollte gerade fragen. Fragt er mich jetzt gerade wirklich, ob ich jetzt eine gelesen habe? Ja, nee. Ich habe den... Wobei, ich glaube, ich habe das gesehen. Ich erinnere mich jetzt aber nicht mehr genau dran. Aber ich meine, ich habe es gesehen. Ich scroll mal gerade durch Twitter bei mir durch. Irgendeine Beschwerde schon direkt. Dass ihr auf jeden Fall die Musik nicht so laut haben könnt. Und zwar, liebe Nachbarn, ist es möglich, die Musik etwas leiser zu machen? Wir haben die Beste in unserem Haus doll gehört. Danke für Verständnis. Beste Grüße. Ich möchte betonen, dass die Häuser mindestens 10 Meter auseinander liegen alle. Ich kann es mir schon gut vorstellen, wie ihr so richtig übertrieben habt. Oder, ihr seid doch gar nicht mehr so jung. Der übertreibt man doch gar nicht mehr. Doch. Ja, also Tai hat extra eine Bose-Anlage mitgenommen. Und dann gib ihm, ne? Wir waren ja auch... Wie gesagt, es war ja... Wir so und so... Wir hatten 13, 14 Jägermeister-Flaschen weg innerhalb von ein paar Tagen. Und Wodka und die... Ich habe noch nie so viel Alkohol getrunken. Ich habe gefühlt noch davon voll. Es ist der Wahnsinn. Soll ich noch mit dem Auto durch die Jägen fahren. Obwohl du noch Restalkohol interessant hast. Ich habe den Führerschein bestanden von... Oh, wer hätte das gedacht? Nach sechs Jahren! Warte, warte, warte. Bevor die ganzen Informationen hier alle überhand nehmen, will ich noch eine kleine Information von meiner Seite rauslassen. Und zwar... Ich bin jetzt Instagram-Superstar. Y-T-Volo-You. Erzähl schnell weiter. Die Tür klingelt. Ja, habe ich gehört. Gut, dann geh doch einfach mal an die Tür. Ich erzähle so lange ein bisschen Gedulds. Ja. Ich möchte gerne, dass ihr mir folgt. Das ist mir wichtig. Das ist die eine Plattform, die mir jetzt neuerdings wichtig ist. Ich werde jede Menge Stuff posten, wie sexy Bilder von mir und Instagram-Stories und dies und das. Was ist bei Ricky wohl gerade los? Was könnte da passiert sein? Hat er ein Paket bekommen? Ja, habe ich. Das kann nicht sein, der ist arm. Das kann nicht sein. Habe ich. Ein Toilettendeckel. Neun Toilettendeckel? Alter, mein Toilettendeckel ist so kaputt. Für meine Mutter. Machst du dir kein Bild. Ich habe einen Toilettendeckel eigentlich, der von alleine wieder runter geht. Ja, ich auch. Der so langsam runter geht. Habe ich natürlich innerhalb von fünf Tagen damals geschrottet, weil ich nicht dran gedacht habe und zu doll drauf gedrückt habe. War kaputt. Und mittlerweile mein Toilettendeckel, Alter, den kannst du einfach einmal komplett um die Toilette rumdrehen. So locker hängt der da nur noch drauf. Das hat meine Mutter auch. Und ich habe auch diese, die muss so runterfahren. Dann pisst du halt im Stehen und dann drückst du ihn einmal gegen und dann fahrst du runter. Oder musst du vorsichtig sein, dass er dir nicht im Pimmel abschneidet. Das ist halt so lang, ne? Ja. Oder auch nicht. Was hast du gerade erzählt? Ist auch egal. Ich habe über mein Instagram-Profil geredet. Stimmt, Teil, du hast ja Instagram jetzt. Ja, ich bin jetzt absolut voll im Game drin. Folgst du mir denn jetzt mittlerweile? Ich folge dir nicht, ne? Ich folge nur einer Person aktuell. Ich muss mich darum mal kümmern, den Leuten im Instagram zu folgen. YouTube follow you. Alter Schwede. Das Profilbild. Ja, oder? Richtig gut. Du drehst richtig gefährlich aus, Wollo. Ja, ich bin ja auch gefährlich. Und du folgst natürlich nur Chubby. Das war ja erstmal mein Follower, der so Sinn ergab. Ich folge jetzt Chubby auch. Ne, die soll nicht mehr Follower haben als ich. Ja, Wollo, dann folg mir und ich erwähne dich mal in meiner Story. Das wäre gut. Dann folge ich dir jetzt, Riki, das mache ich. Ihr folgt mir jetzt mal. Dann folgt mir. Wie viele Follower hast du denn? Ist das ein Instagram-Superstar? Ich habe 3557. Aber die Likes passen da nicht zu. Weißt du, ich habe 300 Follower oder 400. Keine Ahnung, 300 oder 400. Weißt du, ich habe auch 50% Like verhältnis, Bruder. Ich habe mehr und mehr Likes als du. Das wird sich ändern. Das wird sich ändern. Das Ding ist auch... Wahrscheinlich. Ja. Auf jeden Fall, Silvester war cool. Die Hinfahrt war, wie gesagt, ein bisschen... Wir hatten auch Angst, dass wir vom Zoll rübergezogen werden. Ja. Waren halt voll Zollbeamte, ne? Grenzübergang und so. Hatten aber genau das Glück, dass unsere beiden Autos nicht angehalten worden sind. Ein Kollege von uns hatte zu wenig Kühlwasser drin, musste natürlich noch unterwegs stoppen, musste erstmal Kühlwasser nachfüllen, weil sein Motor überhitzt war. Ja. Ist in Dänemark einfach Spannendes passiert? Ähm, ich habe fast die Rutsche abgefackelt. Die Rutsche? Ja, mit der Batterie. Ich habe die zu nah an der Rutsche gestellt. Ihr hattet eine geile Rutsche. Ich will auch eine geile Rutsche haben. Ja. Denn, äh, hat sich ein Kollege von uns fast den Fuß gebrochen beim Pool reinspringen? Der Kollege warst du? Nee. Ich habe mir nichts wehgetan. Nichts wehgetan? Na, doch, doch habe ich. Letzten Tag. Ähm, ich wollte gucken, ob das, ob der Heizstab heiß wird von der Sauna. Und habe den angefasst. Und habe mich volle... War heiß. Wurde heiß? Wurde heiß, ja. Alter, habe ich mich verbrannt. Wir waren halt nicht einmal in der Sauna drin, weil wir uns alle geschämt haben, ne? So teilweise so. Die haben mich alle geschämt. Ja. Alter, follow. Ich habe die Bilder gesehen. Und ich dachte mir nur, wow, die sind ja alle fett. Nicht alle. Nee, nicht alle, aber schon einige. Und dann hätte doch die fetten Gruppe, hätte doch zusammen da reingehen können. Warte mal, follow. Also, mit dir würde ich in eine Sauna gehen. Das wäre mir egal. Das Ding ist, ich kann dir ein Bild nicht mal mehr zeigen, weil wir waren alle fette. Also, wenn Tal und ich drin waren, war der Whirlpool voll. Ne? Das war einfach so. Jetzt steht dir mal, warte mal, wie viele waren wir? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben fette Menschen vor, die sich oberkörperfrei diesen Whirlpool reinquetschen. Und davon gibt es ein Foto, Wollo. Schön. Das zeige ich dir immer, wenn wir uns mal privat sehen. Das kann ich dir nicht überschieben. Das ist ein schönes Foto. Da habe ich richtig Lust drauf. Das kann ich dir nicht zeigen, Wollo, weil ich Angst habe, dass es im Internet veröffentlicht. Das wäre gemein. Ich habe auch gesagt, hier mach mal ein Foto von mir, wenn ich auf der Rutsche bin. Dann habe ich das Foto gesehen und gesagt, na, vielleicht doch lieber nicht. Hast du überlegt, das hochzuladen? Ja. Und dann nicht? Und dann habe ich gesehen, oh scheiße, machst du lieber doch nur Selfies, wo man nicht den Unterkörper sieht. Rikki, da kann ich ja mal eine ganz kurze Frage, damit wir auch das Thema Sex hier verarbeitet haben. Nein, hatte ich nicht. Das ist mir klar, das war auch nicht meine Frage. Ich bin ja momentan so ein bisschen mit dem einen oder anderen am... rumüberlegen. Wie es denn wäre, einen My Dirty Hobby Kanal zu haben. Und da aktiv Videos hochzuladen. Ich wäre für X-Hamster, da kriegst du mehr Aufrufe. Ja, aber da kriege ich ja kein Geld. Ja, natürlich für X-Hamster natürlich auch. Nee, keine Ahnung. Darum geht es jetzt auch nicht. Willst du dich beim Sex filmen? Ja, ja, so zu sagen, genau. Würdest du das machen? Ja. Weißt du, jetzt kommen wir nämlich wieder zum Grundsatzthema. Das wurde mir nämlich auch so gesagt. So nach dem Motto, Alter, traut sich kaum ins Schwimmbad, aber will Videos von sich beim Sex hochladen. Kann man ja auch mit T-Shirt. Das ist genauso, wie du kein Foto von dir auf der Rutsche hochladen willst, aber dich beim Sex hochladen würdest. Funfact. Ja. Nee, nee, nee. Schon gut. Nee, nein. Ich hätte so viel erzählt, dass du ja nicht wieder rauspiepen müsst. Schon gut. Oh, geil. Komm, hau raus. Nein. Wir wollen es, wir brauchen es, wir müssen es. Mach es. Nein. Du hast schon mal sowas hochgeladen. Nein, kann ich nicht. Ich erzähle dir das mal privat. Du hast schon mal ein Sexvideo hochgeladen. Nein, das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Aber ich habe was anderes gemacht. Aber du hast ein Sexvideo gedreht. Nein, auch nicht. Noch hast du. Schlimmer. Nein, kein Sexvideo. Ich erzähle es dir mal. Privat. Ich will es aber jetzt wissen. Ich kann ja nichts für. Erzähl es doch jetzt und schneid es dann raus. Nee, also ob ich das nicht vergisst. Hast du das nicht gehabt. Und wenn du es nicht vergisst, ist gut. Nein. Nein, 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 nein. Jetzt erzählen. Nein, 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 nein. Oh, Niki, wir sind unter uns. Nein, 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 nein. Hier hört doch keiner mit. Oder alles unsere Freunde. Jetzt erzähl doch. Jetzt bin ich angeteasert, ey. Fuck. Ich kann das nicht, Wollo. Das geht nicht. Das ist zu privat. Zu privat? Zu privat gibt es hier nicht. Doch. Boah, wenn es Riky Mania zu privat ist, dann ist es krass. Das ist schon krank, Alter. Das war schon krank. Krank? Ja. Oh, der wird es nicht erzählt. Boah, ich kann nicht. Ich gehe nicht. Es geht nicht. Naja. Auf jeden Fall, um noch zu einigen Sachen zurückzukommen. Wenn wir die 1.000 Euro bei Patreon schaffen, erzähle ich es. Recht? Ja. Krass, Leute. Ihr habt es gehört. 1.000 Euro bei Patreon, dann kriegt ihr die Bomben-Story. Dann erzähle ich auch meine 100.000 Abonnenten-Geschichte. Ja? Ja. Okay. Können wir machen. Aber jetzt nochmal, um auf das Einige zurückzukommen. Ich weiß nicht. Also irgendwie, so Geld mit Sex-Videos zu verdienen, wäre schon irgendwie geil. Das wäre geil, oder? Macht Tanzverbot das nicht auch? Hä? Macht Tanzverbot das nicht auch? Weiß ich nicht. Ich verfolge die aktuell alle nicht. Das wäre halt schon mega cool. Aber mir wurde schon gesagt, nee, mit mir geht das nicht. Von daher... Muss man dafür nicht attraktiv sein? Das ist doch egal. Ich bin International Superstar. Leute werden mir diese Videos aus der Hand reißen. Außerdem, Ricky, ist ja auch folgendes Problem. Wenn man Porno guckt, stellt man ja immer fest, dass da irgendjemand am Werk war, der keine Ahnung hat, was die Menschen sehen wollen. So. Und das wäre bei mir nicht. Ich würde den Leuten ja genau den Content geben, wo sie dann doch sagen, okay, der ist zwar fett, aber ich finde es trotzdem geil. Das wäre meine Prämisse. Hm. Hm. Weiß ich nicht. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was er machen soll. Jetzt ist er hindu-thergerin. Ich könnte dich auch produzieren. Das Ding ist aber auch, keine Ahnung, ganz oft guckst du die Pornos an, und du denkst, Alter, nimm doch mal das Ding vom Schwanz da weg. Weißt du? Ja, die drei Minuten Eier-Cam, wie einfach die Eier da dran klatschen. Ja, feuchtbar. Das will keiner sehen von hinten. Das will keiner sehen. Weißt du, du siehst den Arsch vom Mann, die Eier vom Mann, und dann, ja, toll. Ja, denkst du so, Alter, nee, verpiss dich. Vor allen Dingen sowieso diese Nahaufnahmen. Nahaufnahmen können mich eh mal im Arsch lecken. Ich will doch alles sehen. Eben, ganz genau. Schön weit weg, voll totale, und dann passt es. Ich mach das, Ricky. Ich produziere dich, ich mach dich zu einer Superstar. Auf My Dirty Hobby. Wenn du mich lässt. Äh, cool, vielleicht. Vielleicht. Also, wenn sich ein paar Mädels jetzt denken, ey. Mit Ricky. Mit Ricky. Wolle, produziere uns. Dann machen wir das. Dann machen wir das. Und der Hashtag, meldet euch auf Twitter, Hashtag Wolle, produziere uns. Ja. Bitte. Das machen wir jetzt. Ich bin dabei. Ich würd's tun. Ach, vor dir Sex haben? Vor mir Sex. Aber auch nur, wenn du mit Chubby auch vor mir Sex hast. Von mir aus. Ich filme das. Ich filme das auch dann. Das ist aber dann für mich privat. Ach, das wär so super. Das wird niemals klappen. Meinst du, da meldet sich keiner, Ricky, die Produzieren will? Entweder Gesichtsgrätschen, oder? Das muss schon, muss schon standardsgemäß sein, ne? Ladies, meldet euch. Beim Mann ist es halt relativ egal, wie der aussieht. Ist das echt egal. Hauptsache, ne? Und das hab ich ja nochmal. Ich hab einen großen Penis. Hauptsache, da ist überhaupt ein Penis vorhanden. Hauptsache, da ist ein Penis vorhanden. Und der ist groß und gereinigt. Und dann noch eine hübsche Frau, ne? Und das Ding läuft, das läuft wie Sau. Wenn das ein guter Produzent macht. Am besten sind es ja eh die POV-Dinger. So, weißt du? Mega scheiße. Was? Was? Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Pivilen, paar Fesseln und geil. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Gut, gut, gut. Das war der Part. Den haben wir jetzt abgefrühstückt. Ja, Sex haben wir gesprochen. Dann hatten wir... Wir sind fett. Haben wir auch drüber gesprochen. Ja, in Dänemark habt ihr alles kaputt gemacht. Nee, nicht alles. Dänemark-Geschichte oder wollen wir jetzt auf deinen Führerschein zu sprechen kommen? Dänemark. Taya, sein Handy wurde kaputt gemacht vom Hund und er hat sich ein neues gekauft. Das war witzig, ja. Na, guck mal, wenn man reich ist, kann man das einfach so machen. Für mich wäre es ein Weltuntergang. Ach, ja. Ach, ja. Ach, ja. Haben wir auch noch abgefrühstückt, dass wir arm sind. Ich wollte Smash Brothers spielen, online. Ja. Und das WLAN... Das WLAN war so gesperrt, dass du zwar alles machen konntest, aber konntest nicht online spielen. Oh, ich konnte kotzen. Weiß ich nicht. Mega nervig. Wollen da keine Gamer? Du konntest ja gerne Daten teilen und so, weißt du. Daten teilen? Also halt keine Daten über Traum machen und so. Schwierig. Naja, auf jeden Fall. Worüber wolltest du jetzt reden, Mono? Über deinen Führerschein würde ich gerne reden. Ich habe nach sechs... Denn, liebe Freunde, an dieser Stelle einmal herzlichen Glückwunsch, Herr Mania. Dankeschön. Sie haben es geschafft, nach... Wie lange hat es gedauert? 17 habe ich angefangen. Mit 17 hast du angefangen, heute bis zu 38. Hat lange gedauert. Bin 24 verarscht. Aber es ist endlich gut geworden. Fünf Jahre hat es nur... Sieben. Sieben Jahre. Entschuldigung. Aber ich möchte dazu sagen, mir ging es zu dem Zeitpunkt, dass ich damals angefangen hatte, mit dem Führerschein, richtig beschissen. Das weiß der Wolle auch. Aber jetzt geht es dir immer noch beschissen und hast es geschafft. Nee, besser. Es geht mir besser als damals. Und die Fahrschule ist um einiges besser, als bei dem, wo ich vor war. Ich bin ja umgezogen und so. Und irgendwann habe ich es dann einfach verkackt und habe es dann irgendwann nicht mehr gemacht, weil ich einfach auch zu faul war und auch ein bisschen Schiss hatte davor. und dann hatte ich ja jetzt vorgestern am 8. Am Mittwoch. Wann war der da? Der Mittwoch. Mittwoch war der... Nee, Donnerstag. Am 9. hatte ich meine Prüfung. Vor zwei Tagen, wann habe ich meinen Führerschein bestanden. Vor zwei Tagen. Und dann war das so, dass ich dann einfach hin zur Prüfung und habe extra so meine Glückssachen angezogen. Mein Digimon-T-Shirt, mein Zahnseff-Anneky-Jacke. So davon dann haltet ihr auch denken, Alter, das bringt vielleicht ein bisschen Glück. Meine Coca-Cola-Socken habe ich angezogen. Und dann auf geht's, ne? Hingefahren mit dem Zug erstmal reingesetzt ins Auto und geschwitzt. Geschwitzt? Nee, weil du so viele Sachen anhattest. Nein, Walu, weil ich nervös war wie sonst was. Und dann bin ich losgefahren. Dann prüferst du erstmal hier, wie viel Profiltiefe darf das haben? Was ist das? Wo kommt das Wischwasser rein? Das, 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 ne? Alles gemacht. So was fragen die? Walu, wie viel Mindestprofiltiefe muss ein Reifen denn haben? Boah, äh, hier der Ring, der Ring vom 2-Euro-Stück. Keine Ahnung. 1,6 Millimeter. Das ist die doch auch drauf. Also da, da, da ist doch ein paar Nippel an den Reifen. Richtig. Bis wohin das geht. Aber es gibt ja, Walu, wie tief ist denn das? 1,6. Ist doch scheißegal, wie tief das ist. Ich seh doch den paar Nippel. Ich seh doch den paar Nippel. Oh, das ist wie beim Euro-Stück da, der Rand. Ja, Walu, richtig. Aber trotzdem musst du das lernen. Das muss ich überhaupt nicht. Das ist Blödsinn. Ich muss das lernen. Wenn ich mir sagen, äh, Bruder, wir haben 2020, ich hab mal ein Handy, google ich das einfach. Ich muss nichts mehr wissen. So, dann bin ich losgefahren. Ja. Stocksteif. Also, nicht ich steif. Also, ja klar, das ist ein Steifen, weil das ganze Blut schießt ja überall hin. Nein, aber ich hatte halt, ne, so richtig verkrampft und so, aber ich bin, und jetzt mal ohne mich es selbst zu loben, gefahren wie ein junger Gott. Ich hatte ja auch genug Fahrstunden hinter mir. Ja, das stimmt. Ich komm mir teilweise vor wie Spongebob. Und dann, äh, gefahren, gefahren, gefahren. Und Gefahrenbremsung. Machen Sie mal die Gefahrenbremsung. Ich die Gefahrenbremsung gemacht, hab aber den Fuß so weit rechts und drück mit der Bremse gleichzeitig das Gaspedal mit runter. Nein. Oh, doch. Ich kenn ja schon das Ende. Ja, hier ist schon das Ende. Ich hab's der Troste geschafft. Er so, nervös? Ich so, ja. Und er so, ja, fahren Sie erstmal ganz normal. Dann eingeparkt. Ich bin noch nie so gut eingeparkt gewesen. Dann musste ich auf die, auf die Kraftfahrtstraße rauffahren, weil bei uns die Autobahn so weit weg ist. Ja. Kein Schwein gefahren. Ich konnte gemütlich rauffahren, gemütlich runterfahren. Und irgendwann so dann so zehn Minuten vor Ende, dachte ich so, Alter, du schaffst das. Digga, du schaffst das diesmal, ne? Und noch nervöser geworden, noch nervöser geworden, bis ich da im TÜV-Kelände gestand, ne? Er sagt so, yo, Hermenia? Pff, das war okay. Hier, im Überschein. Und ich so, fang an zu heulen. Heulen? Ich hab geheult wie ein Schlosshund. Du hast doch nicht geheult. Ich hab so geheult. Das kannst du dir nicht vorstellen. Und mir ist eine richtige... Du hast denn geheult? Mir ist eine richtige Last vom Herzen gefallen. So richtig so, oh mein Gott, ich hab's endlich geschafft. Weißt du, was ich richtig krass finde? Was ich mega krass finde? An dem Abend davor haben wir ja den Randomizer im Stream gemacht. Ja. Und du hast kein Wort darüber verloren, dass du am nächsten Tag die Prüfung hast. Niemand wusste davon. Nicht immer meine Eltern. Niemand. Das fand ich mega krass, als ich das am nächsten Morgen gelesen hab. Da dachte ich so, hä? Die haben doch gestern mit dem geredet. Hat der mir gar nicht erzählt. What the fuck? Ich hab's keinem erzählt, um mir keinen Druck zu machen selbst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Den kann ich auch keinen enttäuschen. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ja, ich versteh das schon. Also, und das hat mir gehofft. Also, ich hab mich trotzdem super gewundert. Nicht mal meine Eltern mussten davon. Niemand. Dann bin ich nach Hause gegangen, dann hab ich, pass auf, hat meine Mutter noch verarscht. Dann hab ich sie angerufen, sag, Mama. Und sie so, ja. Ich so, na. Sie ist, die noch wach gewesen, ne? Sag, Mama, ich muss mit dir reden. Was ist denn? Hast du Scheiße gebaut? Sag, ja. Wie? Sag, ja, ich muss jetzt viel Geld bezahlen und so. Wie? Ja, erzähl ich dir zu Hause. Hab aufgelegt. Und sie mir tausend Nachrichten gestellt, wie du musst viel Geld bezahlen, was passiert und komm nach Hause an. Sie ist schon komplett nervös. Ich sitze am Tisch. Was hast du gemacht? Ne? Und ich leg mir so den Führer schon hin. Und sie so, nee. Gibt's ja nicht. Na, es wurde auch mal Zeit. Da war ein Glow. Hab ich dir erzählt, was sie letztes Mal gesagt hat, als ich das letzte Mal verkackt hab? Was denn? Als ich das vor Silvester verkackt hatte, am 18. Dezember hab ich gefahren, ging nach Hause. Ich hab's nicht geschafft und so. Und dann hat sie nur geantwortet, mein Gott, bist du doof? Das war ihre Antwort darauf. Ja, irgendwann muss man ja auch sich fragen, woran liegt das? Es muss ja, da läuft ja irgendwas falsch. Aber ich hab's ja auch oft verkackt. Von daher kann ich das ja gut nachvollziehen. Ich war halt das erste Mal, als ich das verkackt hatte, die ersten Male, wo ich noch nicht umgezogen war und so. Da, wie gesagt, ging's mir nicht gut so, auch geistig und so nicht. Und hab mich immer selbst unter Druck gesetzt. Und dieser Druck war jetzt auch noch da. Und deswegen hab ich diesmal gesagt, ich erzähl davon keinem was. Habe auch, ich muss mir auch dem lieben Volo danken, habe mir zwei Dosen Red Bull geholt. Eine vor der Fahrstunde und eine noch vor der Prüfung. Plus jeweils ein Dextro Energy reingeballert. Und dann lief das. Ja, man braucht ja auch den, ne? Und wenn man sich's nur einredet, dass es hilft. Tatsächlich, ich hatte gerade noch an dem Tag, ich bin jetzt auch erkältet, das hört man vielleicht nicht, aber ich bin erkältet. Wie immer. Und an dem Tag ging's mir los mit Halsschmerzen und so. Und hatte ich Intus, Gebustat, Hustensaft, Ibuprofen, Rüttbull, Dextro Energy, also noch mehr Energie konnte ich nicht haben. Ja. Das war alles auf einmal. Und ich bin so froh, dass das funktioniert hat. Jetzt hab ich erstmal so einen vorläufigen Führerschein. Vorläufig? Ach so. Weil ich meinen richtigen Führerschein erst kriege, wenn ich den mit Anhänger bestanden hab. Ah, okay. Wann hat's mir da so nie passieren? Doch, Februar. Ah ja, natürlich. Da hab ich drei Fahrstunden mit Anhänger und dann die Prüfung. Rigi, ich möchte dir jetzt erstmal einen Tipp mitgeben, der mir absolut am Herzen liegt und den ich nicht eingehalten habe, den viele andere auch nicht eingehalten haben und die jetzt auch sagen werden, oh ja, oh ja, das ist ein guter Tipp. Und zwar, jetzt im Moment kannst du noch rückwärts einparken. Ja, mach ich auch überall. Nutze das. Überall, wo du rückwärts einparken kannst. Tu das. Du verlernst es und ich persönlich, ich würde im Leben mich nicht mehr trauen, rückwärts einzuparken. Und vorwärts einparken ist an vielen Stellen so beschissen. Das ist einfach, ach. Deswegen immer, halt daran fest. Halt daran fest. Unbedingt. Wichtig. Ja. Ja, ja, nee, du wirst es jetzt nicht ernst nehmen, aber es ist eine ernste Sache. Wirklich. Die Zuschauer werden mir recht geben, alle, die schon über 18 sind. Alle beide. Ich fahre ja heute einkaufen und habe dann auch letztendlich immer rückwärts eingepackt. Sehr gut. Jedes Mal. Ich habe es, sobald es ging, irgendwie seitwärts, seitwärts, gerade, so gut wie es geht. Immer gemacht. Weil ich mir genau auch das dachte. Ich habe ja auch gesagt, ich brauche ein Auto mit Schaltung, damit ich erstmal Schaltung komplett reinkriege, komplett reingeprügelt. Immer rückwärts einparken. Und das versuche ich auch alles jetzt an, weil irgendwann kommt... Du hattest kein Schaltauto? Doch, klar. Also jetzt bei der Prüfung und so? Doch, klar. Aber trotzdem sage ich noch, dass ich jetzt erstmal noch natürlich nur ein, zwei, drei Jahre nur Schaltung fahre. Damit das halt... Wer hat denn Automatik? Automatik hat doch kein Mensch. Automatik ist ganz geil, bestimmt. Ja, man reich ist vielleicht. Aber alle anderen haben keine Automatik. Nee, und wie gesagt, ist es so... Du bist nicht reich. Nee, das stimmt. Leider nicht. Ich habe ja noch nicht mal ein Auto. In zwei Jahren bist du voraussichtlich auch nicht reich. Leute, wenn ihr mich unterstützen wollt, ne? Ich sammle gerade auf Twitch für ein Auto. Habe ich gesehen, das läuft schon phänomenal. Als ich reingeguckt habe, war schon ein Euro für das Auto gesammelt. Mittlerweile sind 15. Ich kann mir schon mal Luft leisten für einen Reifen. Kann mir schon mal die Luft für einen Reifen für einen Reifen vielleicht schon mal leisten. Es läuft. Die, äh... Die nagelneuen... Nagelneuen... Wie nennt sich das? Ich habe ja so lange schon kein Auto mehr, weil ich arm bin. Ähm... Scheibenwischer. Die sind schon drin. Aber nicht die guten von Bosch. Nur die... Dritthersteller. Ah. Ach, Riki, dann kommen auch die ganzen Probleme mit den Autos dazu. Oh, du tust mir jetzt schon leid. Ja, ich habe ja noch nicht mal einen. Ja, nur Kosten und Ärger. Ach, du Armer. Ach, du Armer. Mensch, ich will nicht in deiner Haut stecken. Hm. Hm. Keine Ahnung, sehe ich nicht so. Ich freue mich drauf. Noch. So naiv. So naiv war ich auch. Dann hatte ich ein Auto. So, das hat mich ausgesaugt. Hm. Ja, keine Ahnung. Ähm. Ist ja sowieso immer noch weit entfernt, dass ich ein Auto kriege. Ich weiß ja auch nicht, ob 1000 Euro oder zu viel oder zu wenig angesetzt sind für ein Auto. Ähm. Naja, ich sag mal so. Mein Bruder hatte, hatte ungefähr sechs, sieben Autos bisher. und die meisten davon haben immer unter 1000 gekostet. Und es war halt auch häufig dann so, dass die auch nur, also ja, so ein 1000 Euro Auto, das fährst du halt zwei Jahre oder halt so lange, wie es noch TÜV hat. Ja. Das ist in der Regel der Plan. Du kaufst ein Auto, das hat noch zwei Jahre TÜV, bombig. Dann fährst du es zwei Jahre und drei Monate, dann ist der TÜV halt komplett weg. Dann verkaufst du es für 150 Euro und kaufst dir das nächste Auto für 1000 Euro. Das wieder zwei Jahre TÜV hat. Das ist der Plan, Ricky. Also das ist, das ist der, der Lifestyle, den du dann fährst. Kannst du natürlich auch dir direkt ein gutes Auto kaufen, dann hast du die Probleme nicht. Also jetzt am Anfang habe ich sowieso gesagt, komm, ich will mir halt die ersten ein, zwei Jahre kein gutes Auto kaufen, weil man ja doch noch nicht so den Blick für alles hat und man vielleicht doch mal ein Stück weit zurückfährt, als man nicht hätte gefahren sollen. Und dann ärgert man sich vielleicht bei so einem Billing-Auto nicht so sehr, weißt du, wie ich meine, als wenn du direkt schon ein tolles, tolles, neues Auto hast. Ja, ich sag mal, ja, ich sag mal, den Blick hast du dann später auch nicht. Also ich sag mal, wie oft ich mir schon Felgen kaputt gefahren habe oder was heißt kaputt gefahren, halt vermackelt, ne? Ja, aber ich bin ja kein Idiot. Ja, bin ich denn einer? Das war halt der Grund, so, dass ich sagte, ein billiges Auto muss erst mal her. So, ne? So 1.000 Euro hab ich gedacht. Ist ja auch der normale Gang eigentlich. Ja, so zwei, drei Jahre, zwei Jahre TÜV, ne? Oder ein Jahr TÜV findest du noch. Mit welchem Auto bist du denn heute aus Spaß durch die Gegend gefahren, stundenlang? Mit einem Seat. Mit einem Seat? Ja, man muss sagen, fährt ein gutes Auto. Ist ein gutes Auto. Kann man nichts gegen sagen. Das ist halt so, als Anfänger findet man auch jedes Auto gut. Ja, das Ding ist, ich war ja sogar heute, ich hatte aber Angst, ich wollte ja, oder wir sind kurz bei McDonalds angehalten. Nein. Doch. Das passt ja gar nicht zu dir. Mit anderen Worten, trittst du deine Diät gerade wieder mit Füßen? Ja. Aber gut, du hast ja auch das Race verloren, du musst ja eh einen Burger essen. Ich muss eh einen Burger essen. Ich nehm gleich drei. Und das Ding ist, gibt ja auch aktuell Gutscheine. Ich, ne, ne, pass auf, Vallo. Stell dir mal vor, es könnte dir noch schlechter gehen, als jetzt. Ich habe einen Trinkbecher bekommen, ne? Ja. Und stell dir vor, du bist ein Mann und diese Monopoly-Aktion ist vorbei. Und dein Chef kommt zu dir und sagt, pass auf, wir haben noch so viele Becher wie diese Monopoly-Dingern, kratz mal überall die Monopoly-Dinger ab. Ich habe einen Becher gekriegt vom Monopoly, wo diese Monopoly-Gutscheine schon abgekratzt sind. Jetzt muss ich ein Geständnis machen und zwar habe ich mir auch letztes Jahr von McDonalds geholt und zwar ein McChicken und der war auch vor der Verpackung des Monopoly-Dingern weggekratzt. Also, ja, ich kenne es schon. Jetzt machst du irgendwie Verzögerungen oder was machst du immer, dass du so geistesabwesend bist für Sekunden? Nein, ich überlege, was ich dazu sagen soll. Tut mir leid. Ich versuche es auch nicht. Dann überlegst du, was du sagen kannst. Dich der Führerschein so verändert? Nein, ich hatte doch gerade irgendwie so ein Video auf Twitter hier abgelenkt. Das wusste ich doch. Leute, das ist so typisch. Es ist so typisch. Nein, es ist kein ganz trauriges Video, Ollo. Und dann guckt er noch nebenbei. Wieso guckt er immer YouTube-Videos nebenbei? Kein Video, es ist ein Twitter-Video. Es ist ein Twitter-Video. Ich scroll durch Twitter durch und da ist ein ganz trauriges Video, wie Aktivisten einfach einen Obdachlosen runterdrücken und seinen Hund klauen. Weil sie sagen, dem Hund geht es ja nicht gut. Das ist voll traurig. Das macht mich sauer. Auf jeden Fall, ich wollte in den McDrive reinfahren. Stellte davor, bin den rückwärts gefahren und habe geparkt. Ich hatte Schiss vor diesem McDrive. Der ist auch eng. Ja. Also relativ. Nein, die kommt drauf an. Ich kenne deinen McDrive ja nicht. Der ist enger als der, wo du durchgefahren bist mit mir. Das weißt du noch so genau? Ja. Das war mein schönstes Erlebnis mit dem Vordergriffe bei McDonalds. Das glaube ich dir sogar. Das glaube ich dir sofort. Fast so schön wie Silvester, ne? Schöner. Auf jeden Fall. Ja, ich habe jetzt einen Führerschein. Geil. Endlich. Ich will, Wollo, wie war deine Führerscheinsache damals? Wie hast du Führerschein bekommen? 1910. Ich habe das schon tausendmal erzählt. Ja, aber hier noch nicht. Noch nicht bei den Peterbos. Ja. Ja, natürlich noch nicht bei den Peterbos. Also ich habe ja auch dreimal die Prüfung gemacht tatsächlich, die praktische. Ja. Beim ersten Mal wurde ich reingetrickst, würde ich fast sagen. Da wurde ich verarscht. Also komplett verarscht. Da hieß es, naja, fahren wir hier auf dieses Fabrikgelände. Und das war so ein Fabrikgelände mit mehreren Straßen. Und das war alles glatt und da war auch nirgendwo irgendwie ein Baum oder so. Du konntest einfach alles überblicken. Alles. Die komplette Fläche. 15 Quadratkilometer konnte ich mit meinen Adler auch direkt überblicken. Und da war nichts. Also wirklich nichts. Kein Auto, kein LKW, kein gar nichts, kein Mensch. Nicht mal ein Vogel. Nichts. So. Dann bin ich da halt einfach gefahren. Ich gebe zu, ich habe auch nicht im Ansatz darüber nachgedacht, dass hier rechts vor links sein könnte. Aber da war ja auch nichts. So. Und im Endeffekt habe ich den beim ersten Mal nicht bekommen, weil es dann hieß ja, hieß er bei rechts vor links, da haben sie gar nicht drauf geachtet. Ich meine, da war ja auch nichts. Das konnte ich ja sehen. Tipp. Aber gut. Dafür habe ich dann beim ersten Mal den nicht bekommen. Warte, ganz kurz. Immer ein Tipp für alle Leute, die sagen, die Maul und Führer schön machen. Wenn der Prüfer zu Ihnen sagt, haben Sie gesehen, dass er rechts vor links ist, immer ja sagen. Auch wenn du es nicht gesehen hast, immer ja sagen. Ja, habe ich gesehen. Wahrscheinlich hat er das so nicht gesagt. Aber egal. Ist noch zigtausend Jahre her, Ihnen nicht bewusst, dass er rechts vor links war? Dann sagen sie, ja, habe ich gesehen. Immer so sagen. Lügt euch da durch. Weiter geht's. Ja, lügen. Lügen, lügen, lügen ist immer gut. Zweite Prüfung, da hatte ich Grippe. Das weiß ich noch. Da war ich, da hieß es dann auch, sie fahren, als wären sie auf Drogen. Warst du? Da war ich auch. Ich hatte halt Magen-Darm-Grippe. Wie sau, Alter. Ich war einfach, hätte ich gar nicht dran teilnehmen sollen. Und beim dritten Mal habe ich es dann halt geschafft. Da war ich gut. Einfach gefahren wie ein junger Gott. Man kennt es. Da habe ich auch noch direkt vorher noch mal eine Fahrstunde bekommen. Und ich glaube, ich habe erst dann, so will ich das Autofahren begriffen in der Stunde. Das erste Mal. Dann habe ich es auch direkt geschafft. Ich hatte davor auch eine Fahrstunde und habe zweimal rechts vor links übersehen. Du hast jetzt in deiner Prüfung zweimal rechts vor links übersehen? bei der Fahrstunde davor. Das schon. Ach so, wollte ich schon sagen. Und dann bin ich genau diese Stellen immer vorbeigefahren. Und dann habe ich natürlich gedacht, aha. Ne? Also eigentlich kannst du es gar nicht. Ne. Eigentlich kann ich gar nicht fahren. Aber mein Fahrlehrer hat auch gesagt, du lernst Autofahren eh erst, wenn du einen Führerstand hast. Das ist wahr. Das ist komplett richtig. Und es war heute auch ein bisschen, ich weiß nicht, keine Ahnung, vielleicht habe ich jemanden die Vorwart genommen? Ich glaube eigentlich nicht. Also der Kreisverkehr heute war schon spannend kurz. Kreisverkehr? Wie kann man denn den Kreisverkehr verkacken? Nein, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Das Ding ist auch so, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich, ich fahre zu vorsichtig. Ich, ich, das Auto ist eigentlich noch acht Kilometer weit weg und der Ricky steht und wartet, bis das Auto vorbei ist. Weißt du, wie ich meine? Weil ich doch nicht weiß, na, kriegst du, weißt du so, passt das? Finde ich aber vorsichtig. Ey, du bist halt genau das Gegenteil von meinem Bruder, der fährt die ganze Zeit so dicht auf auf alles. Nein. Alter, der, 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 der klebt den Leuten Zentimeter an der Stoßstange. Wenn, wenn da einmal jemand bremst, ist, der kann nicht reagieren. Das Ding, bei mir sagt, schrecklich, schrecklich ist das. Und meine Kollegin, die heute mit mir gefahren ist, dachte so, der Herr will zu dem mal Gas geben, hier ist 100. Ich sag, ja, aber da vorne wird auch so langsam. Ja, dann überholt den doch. Ich sag, nö, ich hatte lieber ein bisschen Abstand. Bei mir war es auch ein bisschen anders. Ich musste, nach der, also nach der Führerscheinprüfung hatte ich zwar einen Führerschein, aber mein Vater hat dann gesagt, ich habe erst einen Führerschein, wenn er sagt, dass ich einen Führerschein habe. Ich durfte nicht Auto fahren dann. Erst musste ich drei Fahrten mit ihm machen und wenn er dann zufrieden war, erst dann durfte ich alleine fahren. Hä? Ja, ja, mein Vater haltet immer einen Schaden. Immer manchmal einen Schaden. Ich bin ja dann den ersten Abend, als ich den Führerschein hatte, ich habe ja kein Auto. Das Problem ist, mit dem Auto von meinem Vater kann ich nicht fahren, weil das hat kein Standgas. Ist kaputt. Und du musst die ganze Zeit Gas gedrückt halten und es ist automatisch und du musst die ganze Zeit Gas gedrückt halten, damit das Auto nicht ausgeht. Und dann bin ich mit einem Sprinter kurz gefahren. Das Problem ist nur, ich bin nur zur Tankstelle gefahren, aber der Sprinter hat kein funktionierendes Tacho. Kein funktionierendes Tacho? Nee. Und das in deiner... Alter, Ricky, das Ding ist halt, wenn du einmal geblitzt wirst, bist du schon richtig am Arsch. Ja, ich bin ja auch nur zur Tankstelle gefahren. Ja, da kann auch alles passieren. Auf jedem Weg kann immer alles passieren. Ich habe extra Navi eingestellt und auf Navi stand dann drauf, wie schnell ich fahre. Ja, aber ob das so genau ist, die dran traue ich nicht. Ich bin einfach so gefahren, ich bin einfach nur gestern dritten Gang. Einfach nicht so schnell gefahren. Ich bin lieber zu langsam gefahren. Und dann mit einem Sprinter direkt den ersten Abend. Geil. Ich bin noch nie mit einem Sprinter gefahren. Oh, das ist auch nicht ganz... Also gerne, das muss ich ja sowieso lernen. Sprinter fahren, Anhänger fahren. Es ist ja, wenn ich vielleicht doch irgendwie mal in die Berufsschule und eine Schauschleiter wieder zurück will, ist es halt schon essentiell wichtig, einen Sprinter und einen Anhänger zu fahren. Mal, aber sie müssten sich dann auch noch mal Klasse 2 machen. Na gut. Alter, ich habe auch Lkw fahren, ne? Alter, das geht gar nicht. Ich weiß, ich kann nicht mal mein Auto rückwärts einparken. Da kann ich mir nicht vorstellen, ich will mit dem Lkw durch die Gegend zu ballern. Alter. Geht gar nicht. Keine Ahnung, ich hätte schon Bock. So, 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 so. Weil dann könntest du Lkw-Fahrer werden. Nee, wer will denn Lkw-Fahrer werden? Keine Ahnung, jeder? Nee, ich nicht. Ich auch nicht. Weil es arschlangweilig ist, wenn ich Lkw fahren will, spiele ich Eurotruck-Simulator. Das ist ja mega spannend, du kannst doch währenddessen auch noch hier mit dem Funkgerät arbeiten. Dann sagst du, Mayday, Mayday, Ricky, der Trucker, ist auf dem Weg, wie ist er vor mir? Und dann meldet sich der Kurt. Da ist der Kurt, ich bin gerade schwere Fracht, meine Frau ist hinten drauf. Und dann sagst du, Leute, lass mal hier gleich noch ein Käffchen trinken am nächsten Raststelle, dann trefft er euch das schön. Kann ich mir gut vorstellen. Oder nicht. Oder, ich bin so einer von diesen Truckern, der sich einfach ganz dreist so auf drei Parkplätze gleichzeitig hinstellt, pennt, frisst und weiterfährt. Ne. Okay. Wir hatten tatsächlich auch so, wir hatten tatsächlich Funkgeräte, um mit den Autos Kontakt zu halten, als wir nach Dänemark gefahren sind. Ja, geil. Geil. War geil, oder? Also eine Funkgerät-App. Man hätte auch Handys benutzen können, aber hey, ein Funkgerät ist so ein irgendwie cooler. War eine Funkgerät-App. Also wir hatten quasi beides benutzt, Handy und ein Funkgerät. War schon ganz cool. So Wagen 1, ja. War schon cool. Cooler Fahrer. War schon ganz geil. Keine Ahnung, ich bin halt jetzt froh, Auto fahren zu können und dann kam halt das Angebot so, yo, ich würde einkaufen, willst du fahren? Und ich nutze momentan einfach, weil ich ja kein Auto habe oder die Fahrzeuge benutzen kann von meinen Eltern, jede Möglichkeit, irgendwie Auto zu fahren. weil ich halt Bock habe. der hat noch Bock. Der Mann hat noch Bock. Bewahre dir das. Das hält nicht mehr lange an. Garantier ich dir. Ich hoffe doch, ne? Ach, ne. Ne, ne, ne. Mein Führerschein ist... Also irgendwann, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du dir nur noch so denkst, so, pass mal auf, Bruder, ich zeig dir heute mal, wie gut ich beifahren kann. Guck dir das mal an, das musst du gesehen haben. Das ist eine Ehre. Weil du echt gar keinen Bock mehr hast. Ich bin heute auch losgefahren und hab meinen Führerschein vergessen im Haus. Ah, ich seh schon. Ja, das wird spannend. Rikki, den Führerschein hat man im Portemonnaie. Ne, Digger, das ist so ein riesiger Zettel, weil das ja so ein Dingens ist. Ja, dann falt ihn. Ich falt doch nicht meinen Führerschein, den würde ich einrahmen, wenn ich später den richtigen hab. Den rahmst du ja eh nicht ein. Jetzt falt das Scheißding, packst du ins Portemonnaie und gut ist... Ne. Doch. Was ist denn das hier? Wieso muss ich dir heute wieder alles sagen, was du zu tun hast? Weiß ich nicht. Leute, helft mir. Ich bin dir überlegen, eine NEC zu machen, nur wegen verfickten Auto. Ach, das würde ich auch gerne eine NEC machen, wenn dann davon was kaufen, wie das wohl ist. Schön, Wollo. Weil das nicht einfach nur für Schulden ausgeben. Das ist gut, Wollo. Das fühlt sich gut an. Bestimmt. Ey, dann kann ich ja mal zu dir runterfahren. Das kannst du. Jetzt gibt's keine Ausreden mehr, Rikki. Ich erwarte dich morgen 15 Uhr. Ich hab noch kein Auto. Wir gehen schön ins Rampendal essen. Mega gut. Schick mir deinen Topfspender vorbei. Du hast doch... Kannst doch ein Auto leihen von deinen Eltern oder nicht? Nein! Was verstehst du auch nicht, dass die beide nicht richtig funktionieren. Und mein Schiff hat gesagt, bevor ich dir mein Auto fahren lasse, kaufe ich dir lieber eins. Ich hab gesagt, kauf mir eins. Nee, ich hab kein Geld. Als ob die jetzt so krasse Autos haben, mit denen du nicht fahren darfst. Er hat so einen Oldtimer da. Ah, okay. Da will er halt nicht fahren lassen. Und der Sprinter hat kein Tacho. Da will ich nicht mitfahren. Und wenn die mich anhalten, kann ich direkt wieder abgehen. Die sehen ja, die sehen, dass der Tachennadel automatisch auf 170 steht. Wenn ich stehe. Das ist ja das Ding. Da hab ich keinen Bock drauf. Vor allem, das Ding war in der Werkstatt und die in der Werkstatt haben es verkackt, das Tacho wieder anzuschießen. Und haben den Sprinter zu uns zurückgefahren. Das merkt man doch, ob das Tacho funktioniert. Das merkt man. Also normalerweise wirft man da mal zwischendurch einen Blick drauf. Keine Ahnung. Haben sie einfach jetzt zurückgefahren? Skandal. Skandal. Verklagen direkt die Brüder. Ja. Ich bin eh in Verklagesstimmung. Deswegen, alle verklagen. Wieso bist du in Verklagesstimmung? Könnt Geld bringen. Verklagen. Alle verklagen. Ich verklage alle. Wir machen das so, ich fahre und du springst vor das Auto. Oh ja, das ist eine gute Idee. Also vor dein Auto würde ich nicht springen, da ist ja gar nichts zu holen. Das stimmt. Ich spring vor irgendeinem Auto, wo ich mir denke, da gibt's Geld. Hier sind ein paar Porsche in der Straße, da würde ich eher vorspringen. So viel ist sicher. Oh, einfach vom Auto anfahren, das ist mega gut, glaube ich. Ich weiß nicht. Ey, mein... mein Retweet darauf habe ich tatsächlich 282 Likes bekommen. Was ist denn los? Die Leute fanden, dass ich viel vorhin habe. Das ist eine große Sache, Ricky. Das ist eine große Sache. Ich finde am besten immer noch Theis Antwort darunter. Dieses, so ein Glück habe ich voll, Kasko. Ja. Jetzt hätte man sich... Das Auto könnte original mein Auto sein, was da fährt. Aber ich glaube nicht, dass das in Deutschland so erlaubt ist, so zu fahren. Nee, ist es nicht. In Deutschland ist gar nichts erlaubt. Das ist ganz traurig. Ja, stimmt. Wie ist es denn mit Auto-Tuning, Ricky? Will ich nicht. Machst du dann getunte Autos mit Megabass, oder... Nö. Wie sieht das aus? Ich will jetzt eine andere Anlage drin haben und das war es auch. Andere Anlage ist ein Muss. Ist ein Muss. Ist halt ein Muss. Ein Radio mit Bluetooth. Bluetooth muss da dran. Ja. Das war früher nicht so wichtig. Oder es gibt ja mittlerweile so eine... Wenn du den kann das Radio holen willst, dann gibt es ja so eine Dinger für die... Ich rauche ja nicht. Ich brauche den Stecker eh nicht. Da kannst du das reinstecken und diesen Zigarettenanzünder und dann kannst du quasi mit deiner Radiofrequenz das Ding verbinden und kannst du das mit Bluetooth verbinden. Dann brauchst du nicht mal nur das Radio einbauen. Neues Radio ist in der Rehe schon nicht ganz gut für die Soundqualität und so. Natürlich, aber das Ding ist, wenn ich sehe, das ist so ein viereckiges, großes Radio und ich kann aber nur so ein kleines rechteckiges kaufen, dann sieht das scheiße aus, wenn es noch ist. Also die Viereckigen haben früher ein Vermögen gekostet. Ich bin ja lange raus aus dem Game. Ich weiß es ja nicht mehr. Aber ja, da gebe ich dir recht. Wie gesagt, meint es zwar, okay, ein billiges Auto, was noch TÜV hat, was ich halt in Anführungsstrichen kaputt fahren oder auch mal einen Kratzer reinfangen kann, ich werde mich trotzdem ärgern, aber nicht so schlimm, als wenn ich mir ein neues Auto kaufe. Nigel, nagelneu ist für ganz viel Geld. Aber ich möchte auch kein Auto haben, mit dem ich mich schäme, irgendwo vorzufahren. Weißt du? Ich will da doch irgendwie was sauberes haben. So einen kleinen Golf oder so einen kleinen Polo oder so was. Was ist so ein sauberes Auto? Golf und so ist mega teuer. Alles, was viele fahren, Ricky, ist in der Versicherung und so weiter mega teuer. Wenn ich jetzt voranfänge habe, das ist die goldene Regel. Ja, aber keine Ahnung, es muss nur ein sauberes Auto sein. Und vor allen Dingen so Autos wie Golf und so, das wollen halt alle jungen Leute, das ist in der Scharenz-Klasse, ist ganz weit oben, ganz schlecht, ganz schlecht. Ja, aber pass auf, oder purer Luxus Golf zu fahren. Oder ein Ford oder so was, weißt du, wie ich meine? Aber Hauptsache, es ist ein sauberes Auto, so von außen, hat nicht tausend Rottstellen und ist nicht komplett verbeult. Ich will mich halt nicht schämen, damit fortzufahren, weißt du, wie ich meine? So, es muss nicht das neueste Auto sein, aber es muss schon sauber und ordentlich sein, die Kalle. Spenden Sie jetzt. Tja, musst du auch noch sauber halten, das ist gar nicht so einfach. Ach, das ist voll einfach. Lass mal die ersten Flaschen im Auto landen. Nee, das kann ich nicht ab. Das wird normalerweise, du kennst ja, hast ja mein Auto gesehen von hinten. Da war Mayonnaise drin, ich war zehn Jahre alt. War da nicht auch irgendwie ein Burger oder so? Da war doch irgendwas hinten, ne? Nee, da war süßere Soße vorne an den Schaltern dran. Ich bin reingegangen, ich habe gesagt, na, wo hast du mir süß-sauber mitgebracht? Wieso? Ja, klebt alles voll. Beim zweiten Mal war es dann vorne sauber. Muss man ihm lassen. Ja, mal so, mal so, ne? Du musst auch für Abwechslung sorgen. Vor allem, ich sagte so, Wolle, nimm doch die Mayonnaise mal raus, schmeißt sie weg. Nö, die bleibt jetzt hier drin und hat sie wieder reingeschmissen. Anstatt, ich habe angeboten, die Mayonnaise mitzunehmen und sie in den Müll zu schmeißen. Nein, er hat die Mayonnaise, die zehn Jahre oder so abgenommen war, wieder in den Kofferraum reingeschmissen. Die gehört jetzt zum Auto. Die gehört zum Auto jetzt. Vielleicht bin ich ein Messi. Ein Auto Messi bist du auf jeden Fall, ja. Ein Auto Messi bin ich. Ja. Wohnungstechnisch ein bisschen. Aber im Auto ganz schlimm, ganz schlimm, ganz schlimm. Hat Xabi einen Führerschein? Die hat einen Führerschein, ja. Und weiter? Ja, die rast, Alter. Die rast? Während mein Bruder immer mega, mega dicht auffährt, ist sie, die ist so eine Raserin, ey. Weißt du, wenn wir nach, wenn ich mit ihr nach Bayern gefahren bin oder so, dann haben wir so 170, 180 Durchschnittschnitte. Ist das voll okay? Voll okay, sagt er. Ich finde das mega. Also mein, bei meinem Vater war immer 120 Reisegeschwindigkeit. Ich weiß, ich bin mit in Frankfurt gefahren. Das bin ich gewohnt. Ja, wenn ich mit dem Auto von meinem Vater schneller als 120 fahre und dann findet das raus, der flippt aus, dreht durch. Ich durfte mich ja nicht mal im Auto bewegen. Ja, ja, eben. Und das ist halt, das bin ich halt gewohnt. Und wenn dann jemand mit 180 da lang ballert, dann finde ich das schon ganz schön heftig. Und vor allen Dingen auch, weißt du, dann fahren wir irgendwo und irgendwo ist irgendjemand, der ist 70 und jemand ist im Weg, der 69 fährt. Die rastet aus. Die ist sofort auf 180, Alter. Wenn ich dann noch komplett chillen würde, dann denke ich mir, ja mein Gott, dann ist das eben so, ne, du blöd, mit Eskalation. Fährt wahrscheinlich hinten ganz nicht auf, blinkt auf, hupt. Ja, so richtig auch am Ausrasten im Auto. Mann, das nervt mich. So schätze ich sie gar nicht ein. Doch, doch voll, Alter. Richtig garstiges Bies steckt da unten drunter. Halleluja. Ich sag's ja immer, ich sag's ja immer, ne, die Leute im Chat denken immer, das ist so voll die nette, mega nett lieb. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Richtiges Miststück. So die Richtung. Halleluja. Ja. Woll, jetzt kann ich uns ja mal nach Frankfurt fahren. Wie hast du Bock? Nee. Ich auch nicht. Das war ja auch mal so ein Ding, da, äh, kurz, kurz für alle. Äh, in Frankfurt ist, ist, ist halt Nintendo. So, und wenn man so, so irgendein Nintendo Event will, wo man dann Spiele einspielen kann und bla, muss man ja nach Frankfurt eiern dafür. Und da war auch, glaub ich, E3 oder so war gewesen und das E3 Event, da wollte ich da mit Boy hin und er sollte halt fahren. So, und dann kurz vorher, den Tag davor, dachte ich mir auch so, oh, ich hab sowas von keinen Bock dahin. Und dachte mir so, ja gut, aber ich muss ja, wenn Boy da jetzt extra kommt, dann muss er ja, müssen wir da ja hinfahren. Und dann stellte sich raus, dass er auch, genauso zu Hause saß, und ich dachte, oh, scheiße, ich hab keinen Bock, ich will da nicht hin. Aber Gott sei Dank hat sich dann jemand überwunden und gesagt, ey, wäre das sehr schlimm, wenn wir jetzt morgen nicht fahren würden. Und dann so, ja, Gott sei Dank, ich will auch nicht, ich will auch nicht, oh mein Gott, niemand will da hin. Da will einfach keiner hin. Nee, ich will da auch nicht nochmal hin. War einmal gesehen, war ganz cool, aber war es auch nicht so. Ja, es ist halt ganz schön weit dafür. Wir müssen halt echt viele Stunden dafür runterrasseln an einem Tag. Ja, und wir haben auch noch Chadi abgeholt, ja auch noch. Ja, genau. War schon eine Tour. Das ist halt echt, echt viel Aufwand für, für, wenig gebotenes. Für, Hiro Warriors 3DS. War das sehr viel Aufwand. Auf jeden Fall. Puh, nee, muss halt echt nicht sein. Wenn du dir jetzt ein Auto aussuchen dürftest, egal welches, welches würdest du nehmen? Ein Camaro SS. Echt? Ja. Ich glaube, ich würde ein Jeep nehmen. Ein Jeep. So wie Thai hat. Richtig. Oder, oder. Alter, SUVs willst du fahren? Was? Was, 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 was? Wie geil. Das geht nicht mehr, Das ist in 2020, ist das gar nicht mehr erlaubt. das geht. Soll das Kipp mit den Zöpfen mal am Maul halten? Das klappt schon. Ich will ein Camaro. Der hätte ich Bock. Ich kaufe einfach einen Tesla. Das ist ein ganz Neuen. Ich habe gar keine Ahnung von Teslas. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was da los ist mit Teslas. Ich auch nicht. Gut, da sind wir uns ja einig. Ich glaube, die fahren mit Elektro. Das ist alles, was ich weiß. Ich auch. Und ich habe mal gehört, die fahren von alleine. Und dass man da nicht selber fahren muss. Musstest du es mit, weil es eine Twitch-App gibt dafür? Eine Twitch-App für einen Tesla? Ja, du kannst Twitch und YouTube gucken. Funfact, ich habe heute gelesen, Sony arbeitet an einem Elektroauto. Ja, davon habe ich gehört. Meinst du, die bauen die Playstation 5 direkt mit ein? Ne. Oder die Playstation 4? Hast du das Playstation 5 Logo gesehen? Mhm. Und? Ja, das ist ein verficktes Logo. Das sieht aus, wie jedes andere Playstation Logo auch. Also hatte ich nicht so geflasht. Da steht halt eine Fünf statt, eine Vier. Gut, dass wir darüber geredet haben. Leute, das waren die Pide Boys für heute. Ich habe übrigens die Nintendo Direct verpasst. Das war eine Pokémon Direct. Und dann habe ich gesehen, alter Pokémon Mystery Dungeon und mir ist das Pimmel abgefallen. Okay. Und du hast dir gedacht, Ja, ist mir halt egal, ne? Pokémon Mystery Dungeon, ich freue mich. Ich muss die Demo immer noch spielen. Dann freust du dich ja gar nicht richtig, wenn du sie noch nicht gespielt hast. ich habe sie schon untergeladen. Ich wollte sie nur auf YouTube aufnehmen. Aber irgendwie hatte ich auch irgendwie keine Lust, die Tage. Wir wollen ja, wir wollen ja, dass das Ding heute noch brandfrisch für die, also wenn ihr gerade Patreonen seid und das hört, dann hoffe ich, dass ihr euch heute nicht die Finger verbrannt habt an dieser Folge. Es ist heiß. So frisch wie die ist. Es ist heiß wie ein Vokal. Ne, es ist 18.24 Uhr am 11.01. Das möchte ich nochmal festhalten. Mal gucken, wann die Patreonen noch spielen. Wenn du es mir gleich schickst, ist 19 Uhr realistisch. Ja, geil. Das ist halt brandheiß, Leute. Gut, Leute, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Peterboys, der nächsten Peterboys-Folge wieder. Wenn bestimmt viele, viele spannende Dinge passiert sind oder wir haben ein ratten-scharfes Thema am Start. Ich habe jetzt vor, in jeder Ende einer Folge dir einen Witz zu erzählen, Wollo. Okay, erzähl. Ich habe mir ein neues Haus, ein neues Dach gekauft. Ging aufs Haus. Und damit gute Nacht. Gute Nacht. Ging aufs Haus. Ging aufs Haus.